Was geht, Leute? Willkommen zu deinem Video. Ich möchte mit euch heute zusammen was machen und zwar was auspacken. Das ist nämlich ein 3D-Kalender. Vielleicht kennt ihr das ja von ein paar Videos. Das ist so ein Kalender, wo man so verschiedene 365 Dinger hat. Man muss die jedes Mal abziehen. Man muss jedes Mal so ein Plättchen abziehen und am Ende gibt das so ein cooles Bild. Das haben wir heute. Wir öffnen das und machen natürlich heute alle auf, damit ihr seht, was da alles so drin ist. Ich würde sagen, ich mache es mal auf. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bald müsste auch mein Zuckerglas ankommen. Oder doch nicht, aber egal. Okay, hat hier ein paar Dellen, aber nicht schlimm. Wir öffnen es. Wenn ich weiß, wie es öffnet. Oh! Oh, Lisa! Leute, das ist die Box. Das ist die Box und jetzt haben wir hier das. Dreh ich mal vorsichtig. Das sieht cool aus. Wir haben hier die Box. Ich würde sagen, open. Hier steht open. Okay, dann open wir mal. Ja, wie open? Wie soll ich denn open? Leute, ich versuche es mal zu open. Oh, ich habe es jetzt geopened. Und wir haben hier das Kästchen. Ich mache es mal vorsichtig auf. Oh mein Gott! Leute. Das sieht so cool aus. Okay. Or Planet, we care. Das sind die zwei hohen Kästchen. Und hier ist der 1. Januar 2024. Wenn ihr das erkennen könnt. Wartet. Da. So. Und das müssen wir jetzt... Wie müssen wir das auch machen jetzt? Das ist die Frage. Das ist der 2. Januar. Okay. Ah, so. Das ist der 2. Januar. Dann ist das hier der 3. Januar. Ja, ja, ja. Dann ist das unten der 4. Januar. Und das der 5. Januar. Oh, man sieht schon leicht. Das soll nämlich am Ende eine Erde ergeben. Aber Leute, wie viele Schnipsel werden das? Das werden 365 Schnipsel. Hier ist der 6. und der 7. Januar. Das ist... Jawohl. 8. und 9. Aber guck mal, jetzt erkennt man schon immer mehr. Man erkennt immer mehr. Das ist cool. Hier 10. und 11. 15. und... Boah, ich hab so Angst. Alter, das wird aber so... Vorsichtig, vorsichtig. Oh, du. So. Man sieht immer mehr, Leute. Ist das richtig, warum? Nee. Doch. Man sieht immer mehr von dieser Erde, Leute. Ich würd sagen, wir machen mal eine... Timelapse? Wollen wir eine Timelapse? Oder... Wobei, Leute. Ihr wollt doch... Ich cutz euch zusammen. Ja. Ich cutz euch zusammen. Wir machen keine Timelapse. Sondern ich cutz euch für euch zusammen. Dann bis gleich, wenn ich so bei... Bisschen... Bisschen mehr bin. Oh, ich bin jetzt beim Februar. So sieht das aus. Und das sind die ganzen Kärtchen, die ich hab. Es werden immer mehr. Und hier ist irgendwie ein Rechtschreibfehler. Hier steht 2. Februar. Und hier ist der 1. Aber hier steht gar nichts. Egal. Das war kein Rechtschreibfehler. Der stand zwar 2. und dahinter Februar. Aber der meinten, der 2. Monat. Und der ist der Februar. Weißt du, also... Das sind so viele. Ich könnte natürlich alle auf einmal abreißen. Mache ich aber nicht. Dann würde ich ja dafür Zeit nehmen. 2. Februar, hä? Egal. Ach, das so. Das ist jetzt... Das ist der 2. Monat. Und zwar der Februar. Ach so. Ja, klar, klar, klar. Gut, Leute. Das dauert richtig lange. Leute, wir machen eine kleine Timelapse. So, ich bin jetzt beim 10. und 11. April. Und so sieht das jetzt meine Kugel aus. Also hier ist Amerika und aus Russland. Also man erkennt schon, was... Ich bin gespannt, wie die am Ende aussieht. So, ich bin jetzt beim 10. und 11. April. Und so sieht das jetzt meine Kugel aus. Also hier ist Amerika und aus Russland. Also man erkennt schon, was... Ich bin gespannt, wie die am Ende aussieht. So, Leute, ich bin jetzt beim 6. Juni und diese Kugel sieht richtig crazy aus, Leute. Also hier fängt schon Südamerika an, wenn man es sieht. Und da ist auch schon... Also man sieht schon Europa. Okay, aber es dauert noch ein bisschen. Das Update. Aber nochmal in einer anderen Kamera-Perspektive. Ich bin beim 1. September. Und das sind bis jetzt die ganzen verbrauchten... Wie soll ich sie nennen? Papiere? Ich nenne sie mal Papiere. So, Leute, ich bin jetzt beim 1. Dezember. Das heißt, es gibt genau noch 31 Kärtchen, die ich hier abmachen muss. Und jetzt kommt das Jahr 2025. Hä, ich... Ich dachte, es wär's. Okay, dann reißt man das Kärtchen auch noch ab. Geht's noch weiter. So, Leute, ich bin fertig. Und das ist... Das ist die Erde. Gucken wir auf dem Bild. Ja. Die sieht so aus. Eigentlich dachte ich, die hat noch Leuchteffekte. Hier steht irgendwas mit dem... Okay, schade. Na gut, das ist jetzt die Erde. So sieht sie aus. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass die noch leuchten kann. Aber na ja. So sieht sie aus. Na ja. Gut. Dann stellen wir sie mal hier rein. Das ist ein bisschen noch unsauber. Aber ja, ich putze das Glas, glaube ich, nochmal von außen. Aber ansonsten war's das mit dem Video. Gut, Leute. Dankeschön fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und hier sind irgendwo noch zwei Videos, wo ihr meinen Kanal abonnieren könnt. Auch wahrscheinlich. Oh, tschüss.